Hallo und willkommen bei einem weiteren Video der Reihe Python Stuff. In diesem Video möchte ich mit euch gerne das sogenannte Trailing Komma besprechen, das angehängte Komma. Sicherlich ist euch schon aufgefallen, dass in Python gerne beispielsweise in einer Liste, nehme ich mal wieder das typische Beispiel Ages, beziehungsweise machen wir es mal ein bisschen anders, Names. Wenn wir eine Liste definieren, haben wir ja den Fall, dass ihr mehrere Werte aufzählen könnt, indem wir ein Array, in dem Fall eine Liste, definieren mit Werten, die wir mit Komma separieren. Gehen wir davon aus, wir wollen jetzt eine Liste von Namen aufnehmen, Thomas, Max, Timo. Nehmen wir mal noch die Lisa dazu. Da nehmen wir mal die Christine, Chris, Chris dazu und so weiter und so fort. Man hat in Python die Möglichkeit, das Ganze auch untereinander zu definieren, dass es ein bisschen übersichtlicher aussieht. Man neigt dazu im Prinzip in Python hier hinten. Hinter dem letzten Wert auch noch ein Komma hinzuzuenden, das im Prinzip dann einfach einen entsprechenden Vorteil hat. Ich will jetzt die Namen alle ausgeben und iteriere mal über die Names und printe sie alle mal. Und wenn ich das mal ausführe, haben wir hier alle Names ausgegeben. Und meistens ist es so, dass wir hier im Prinzip dahinter, hinter dem letzten Wert auch noch mal ein Komma hinschreiben. Es hat mehrere Gründe, beziehungsweise eigentlich einen Hauptgrund und zwar haben wir eigentlich zwei Gründe. Gehen wir davon aus, wir haben hier zwei Gründe, genau. Eines der Gründe ist, wenn wir hier die Liste erweitern wollen mit einem weiteren Namen. Müller weiß ich nicht, Martin und dann wollen wir noch einen Namen aufnehmen. Tim und ich würde das Komma hinten nicht machen, so wie wir es erwarten würden. Ein C++ beispielsweise würde dieser Komma sogar zum Fehler führen. Das Programm funktioniert immer noch, das heißt wir haben hier am Ende kein Komma. Ja, das Programm läuft wie erwartet und ich komme auf die Idee, ach ich will noch einen Tom aufnehmen. Komm, weichere das fürs Aus und merke plötzlich hier unten ein TimTom. Woran liegt das? Python erlaubt es blöderweise zwei Strings hintereinander zu schreiben. Was Python macht ist, er bindet die zwei Strings zu einem zusammen. Also wir haben die Möglichkeit sowas zu machen. Ja, sowas zu machen. Oder sowas. Sehen wir auch, wenn ich einen Print ausgebe. Print. Fest. Hallo. Feld. Was hier passiert ist, im Prinzip, dass Python einfach das zu einem gemeinsamen String zusammenbaut. Kaskadiert. Letzten Endes. Konter. Konkantini. Wie auch immer. Das ist ein Problem, wobei es ist ein Feature in Python, dass wir sowas tun können. Hat aber einen blöden, unschönen Nebeneffekt, wenn ich hier bei der Erweiterung der Liste hier ein Komma vergesse. Tja, nun haben wir ein Problem. Deswegen muss man halt besonders systemliniert vorgehen und darauf achten, dass man, bevor man eine neue Zeile hinzufügt, den Komma macht und dann hier, wir gehen die Namen aus. Lena. Im Prinzip, bevor man mal einen neuen Namen hinzufügt, noch ein Komma hinzufügt. Das ist das eine. Dieser Komma wird halt gerne schnell vergessen oder es kann passieren und Python bemängelt es leider nicht als Fehler, wie ihr sehen könnt. Das ist das eine. Der andere Grund, warum man hier ein Trailing-Komma machen sollte, ist Versionierung mit Git beispielsweise. Git ist ein Programm, das es erlaubt, Code-Versionierung durchzuführen. Also Veränderung von Code zu loggen, zu protokollieren. Und durch Commits, im Prinzip mehrere Code-Versionen zu besitzen am Ende. Hat einen entscheidenden Vorteil, wenn man versioniert. Alter Code, den wir ergänzt, ersetzt haben durch neuen Code, geht nie verloren. Wir können jederzeit zurückspringen zum alten Code-Bestand. Es ist, als würdest du hergehen und sagen, bevor ich diesen Code ändere, kopiere ich mir den Quellcode, lege es in den Ordner ab, Version 1. Erweitere meinen Quellcode mit neuen Werten beispielsweise oder neuen Zeilen. Und das ist meine neueste Version. Und beim nächsten Mal, wenn ich die erweitere, speichere ich die ab, mache ein Backup und erweitere es. Und so haben wir später mehrere Versionen von unserem Programm und können jetzt jederzeit zwischen den Versionen hin und her springen. Git macht das im Prinzip sehr elegant. Leider ist es ein zeilenbasierter Versionierungstool. Es guckt sich also die Zeilen an, wo wir Änderungen haben und kann im Prinzip unterscheiden zwischen einer Version von vorher und jetzt und kann uns sagen, an welcher Zeile Änderungen vorgenommen worden sind. Was ziemlich cool ist, um eventuelle Fehler besser finden zu können, wenn sich Fehler eingeschlichen haben. Dann sieht man nämlich, an welchen Zeilen überall Code geändert wurde und wo der Fehler auftreten könnte. Wenn wir jetzt diese Trailing-Komma-Geschichte nochmal betrachten, hier mal die Liste ohne Trailing-Komma benutzen, dann haben wir zu dieser Version, die ihr jetzt seht, diese Code-Version, haben wir diesen Stand und ich erweitere jetzt einen Namen. Wo ändere ich denn überall was? Einmal Zeile 12 verschiebt sich nach unten, führe hier eine neue Zeile hinzu und schreibe hier jetzt beispielsweise Hannus. Das heißt, hier ist eine Zeile dazugekommen und ich weiß, dass ich hier ein Komma brauche. Für den Reviewer oder für mich später sieht es jetzt so aus, als hätte ich die zwei Zeilen verändert. Git sagt mir nicht, welches Zeichen in dieser Zeile geändert wurde. Er sagt mir nur, Zeile 11 hat sich verändert und Zeile 12 hat sich verändert. Der Reviewer, der mein Code überprüft und übersichtet, kann hinterher nicht mehr sagen, ob der Name neu dazu kam oder der Name neu dazu kam. Das kann er nicht erkennen. Wenn ich von vornherein hier meinen Code-Bestand statt diese Version in dieser Version gehabt hätte, wäre jetzt mein Code-Bestand und ich ändere jetzt mein Code zu einer neuen Version und schreibe hier Hannes rein, haben wir hier keine Veränderung gehabt. Nur in dieser Zeile. Das ist der Grund, warum man Trading Kommas verwenden sollte und vor allem auch untereinander schreiben. Trading Komma Geschichte hat überhaupt keinen Effekt mehr, wenn ich eine Liste angebe, die so aussieht. Das heißt, Trading Kommas werdet ihr meistens oder generell nur im Kontext sehen, wo die Werte auch untereinander stehen. Wenn hier ein Trading Komma ist und ich komme hier auf die Idee, jetzt hier Hannes reinzuschreiben, begibt sie das so aus, als hätte ich die ganze Zeile geändert. Ich kann nicht sagen, hier hat sich was geändert oder dieser Teil ist neu dazu gekommen. Er sagt mir einfach nur, das hat sich geändert. Es gibt sicherlich das ein oder andere Plugin oder Framework, das genauer reinschaut und sagt, ich unterscheide mal zwischen dieser Version und dieser Version und vergleiche die einzelnen Zeichen, um konkret sagen zu können, was sich geändert hat. Aber in der Basis Version ist es eher unüblich und eher herausfordernd, um Änderungen mitzukriegen, wenn Trading Komma nicht verwendet wird. Also merkt euch bitte, Trading Kommas sind relativ nützlich. Zum einen, weil man in Python zwei Strings hintereinander angeben darf und nicht auf die Idee kommt, hier ein Komma zu vergessen versehentlich. Und auf der anderen Seite, auch diese Konstellation kann passieren, dass ich sage, ich habe jetzt ein Justin. Wenn ich das ausführe, auch diese Kombination geht, weil er führt jetzt hier einen Namen, einen Namen, einen Namen und dann macht er hier einen Namen draus und dann Kommas separiert für den nächsten. Letztendlich seht ihr, was Python draus macht. Er bindet diese zwei Strings zusammen. Also passt einfach auch, dass ihr immer Trading Komma verwendet, möglichst die Werte untereinander auflisten lässt. Hat im Prinzip Vorteile. Zum einen, wie gesagt, ich vergesse diesen Komma nicht und habe keine unschönen Nebeneffekte. Und zum anderen, Thema Versionierung mit Git oder diversen anderen, die zeilenbasiert arbeiten, haben es deutlich einfacher, somit auch der Reviewer. Merkt euch, Trading Komma macht aber auch nur Sinn, wenn die Werte untereinander stehen und nicht nebeneinander. Wenn ich das jetzt beispielsweise abspeichere, formatiere mit Alt Shift L, dann müsste eigentlich PyCharm das mir automatisch korrigieren. Auch nicht. Gerade kann PyCharm nicht, doch mit Strgung O hat das gemacht. Okay, wie auch immer. Es gibt im Prinzip auch bei den Ideen Hilfen, um Code formatieren zu lassen. Manche Formatierer gehen her und tun im Prinzip sehr kurze Listen so zusammenführen. Wenn ich die Liste dann länger mache, dieser Panner und wir eine gewisse Maxlänge erreicht haben, machen so Formatierungstools automatisch hier ein Trailing Komma rein und formatieren das dann untereinander, damit die Zeile nicht endlos lang wird. Und diesen Effekt habt ihr sicherlich in Python auch schon beobachtet, dass plötzlich so ein Komma reinrutscht, wenn das untereinander aufgelistet wird. Das hat wie gesagt Grunde, warum das so ist. Und in Python ist das erlaubt. Nutzt das bitte, weil es wie gesagt gängiges Mittel ist. Ich glaube auch JavaScript verwendet Trading Komma, bin mir jetzt gerade aus dem Kopf nicht so sicher. Leider gibt es das in C++ nicht aktuell. Ich weiß gar nicht, ob C++ 17 bzw. 20 das einführt. Weiß ich nicht. Aber das ist leider ein Feature, der in anderen Programmiersparen fehlt, was ich in Python sehr schätze. Das zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt und Dankeschön. Viel Spaß, viel Erfolg und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.